Willkommen aus dem P3 Sportstudio. Mit dem neuen Format 3x3 gibt es auch im Basketball seit einigen Jahren eine olympische Wettspielform, die ähnlich wie Beachvolleyball, Spitzensport und Unterhaltung perfekt kombiniert. Wie im Beachvolleyball zählt Österreich auch hier zur absoluten Weltspitze. Aktuell finden in Wien die Weltmeisterschaften am Rathausplatz statt und ich freue mich heute Anja Fuchs-Robertin und Niko Kaltenbrunner vom Team Austria begrüßen zu dürfen. Anja, zunächst zu dir. Du hast deine Karriere in der Halle begonnen, wie alle Basketballerinnen, warst am College, hast zuletzt in Deutschland gespielt. Warum hat die Entscheidung, ich will 3x3 auch spielen? Ich glaube im 3x3 ist eben die Chance als Österreicherin auch bei absoluten Top-Events zu spielen. Es ist ein richtig cooler Ausgleich zum 5x5 und einfach super Stimmung, ein schnelles Spiel, ein intensives Spiel und ich glaube, das spricht eh für sich, dass man bei sowas dabei sein möchte. Was sind auch die großen Unterschiede zum Spiel in der Halle, diesem klassischen 5x5, wie wir es kennen? Es ist eben nur auf einem Halbfeld gespielt und die Wurfzeit ist 12 Sekunden, das heißt, es ist viel schneller, viel intensiver, man hat weniger Wechsel und man muss auch mehr Verantwortung übernehmen. Niko, bei dir war es ja auch so, du hast deine Karriere auch in der Halle begonnen, viele kennen dich noch aus der Zeit bei St. Pölten. Warum war für dich dann auch diese Entscheidung, okay, ich mache nicht bei St. Pölten in der Bundesliga weiter, sondern gehe ganz auf das 3x3? Geholfen hat mir Corona, die Entscheidung war eigentlich nicht schwer für mich. Ich hatte kein sehr erfolgreiches Jahr in St. Pölten und ich war ein bisschen unzufrieden und wollte was Neues probieren und dann hat sich die Chance geboten und ich wollte es ausprobieren und ich bereue es gar nicht. Die letzten drei Jahre 3x3 waren gut für mich, sehr gut sogar fast. Wir haben viel erreicht, wir wissen, dass wir noch viel mehr erreichen können. Es kommt von Woche zu Woche ein neues Turnier, neue Trainer, neue Spieler. Es ist immer eine coole Abwechslung und was Neues zum 5 gegen 5. Jetzt haben dich viele Basketballfans aus St. Pölten in Erinnerung, als ein Spieler, wo man gesagt hat, Potenzial ist da, aber mit der körperlichen Fitness reicht sicher nicht für die Bundesliga. Heute bist du top austrainiert, Nummer 1 in der U23-Weltrangliste. Wie viel harte Arbeit war da bei dir, an dir persönlich notwendig in diesen letzten Jahren? Ja, danke, dass du das sagst. Sehr viel harte Arbeit, also sehr viel Training auf jeden Fall. Aber das ist einfach Mitläufer, wenn du Profisportler bist, hast du halt einfach viel Training. Aber das, was bei mir ausgemacht hat, war die Disziplin zu Hause dann, das Essen und die Entscheidungen, die ich halt treffen musste fürs Essen und für, okay, gehe ich jetzt noch fort oder gehe ich noch mit Freunden was trinken oder gehe ich jetzt eher nach Hause und geschlafen und esse was Gescheites und dann gehe ich am nächsten Tag wieder aufs Training. Das war der Unterschied. Und die Zeit, die ich dann bekommen habe beim 3x3, hat es für mich möglich gemacht, dass ich mich zu 100% auf mich konzentriere und auf gar nichts anderes mehr. Anja, jetzt ist die Verlockung nahe für einen Außenstehenden zu denken, okay, kleineres Spielfeld, kürzere Spieldauer, da brauche ich weniger Fitness, aber inwieweit stimmt das? Also ich würde sagen, das stimmt gar nicht. Im Vergleich zum normalen 5 gegen 5 Basketball ist es halt eine andere Art von Fitness, weil man viele kürzere Strecken, intensivere Strecken hat. Das heißt, es sind mehr Sprünge, mehr Richtungswechsel. Man muss dafür nicht 40 Minuten lang das Feld auf- und ablaufen, aber es ist eben einfach eine andere Fitness, die gebraucht wird. Und ich glaube, jeder, der mal ein Spiel gesehen hat, sieht, wie intensiv und körperlich das zugeht. Worauf kommt es da dann auch wirklich an, ob man am Ende als Sieger vom Platz geht oder nicht? Ich glaube, es kommt auch viel auf die Teamchemie an. Also man ist eben nur zu viert, jeder muss Verantwortung übernehmen. Und je besser man zusammenspielt, desto einfacher macht es das natürlich. Und ja, zu viert muss man sich sehr gut kennen und einander vertrauen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Jetzt, Nico, entsprichst du ja mit deinem 1,86 nicht unbedingt dem Garde-Maß für Basketballer, sondern gehörst eher zu den kleineren Spielern. Welche Rolle übernimmst du da im Team Austria? Ja, bei uns ist die Rollenverteilung eigentlich sehr klar. Wir haben das große Ziel, zu gewinnen. Und jeder hat seine kleinen Aufgaben und seine Rolle, die er akzeptieren muss, damit er im Team sein kann und dem Team bestmöglich helfen kann. Meine Rolle ist meistens als Ballhändler, also viel Ball in der Hand, viele Entscheidungen treffen, meine Mitspieler in gute Situationen bringen, dass sie scoren können, pushen. Ich soll als Leader agieren. Und das ist auch die Rolle, die ich akzeptiere, habe und die ich auch will für die Zukunft. Ich will der Leader sein für meine Mannschaft. Ich will ihnen helfen, dass sie zum Sieg kommen, dass wir halt gemeinsam zum Sieg kommen. Ja, das ist meine Rolle. Jetzt warst du in der Halle eher bekannt für Distanzwürfe. Wie wichtig ist es eigentlich auch bei dem 3x3-Format, hier wirklich auch aus der Distanz, jenseits der Drei-Punkte-Linie von der Halle zu treffen? Ja, also das bei uns im Spiel, also wer uns zuschaut beim 3x3-Spiel, sieht schnell, dass wir sehr vom Zweier bei uns, also Dreier im 5 gegen 5, Zweier bei uns leben. Wir werfen sehr viel verhältnismäß zu den anderen Mannschaften. Es kann sein, dass wir, wenn wir ein gutes Spiel haben, ist das Spiel nach 6, 7 Minuten vorbei. Wenn wir mal nichts treffen, dann müssen wir bis zum Ende kämpfen und für jeden Punkt kämpfen. Es gibt bessere Tage und schlechtere Tage. Beim 3x3 ist es halt sehr wichtig, es ist viel Wert. In 5 gegen 5 ist es halt nur 3 und 2 und in 3x3 ist es 2 und 1. Und bis sich die Regel ändert, dass es noch immer der Dreier doppelt so viel Wert ist, also der Zweier, wird der Augenwerk eher auf die Zweier sein. Es gibt noch immer Teams, die halt sehr physisch Inside spielen, aber bei uns ist es halt noch immer der Distanzwurf. Anja, welche Spielanlage habt ihr beim Damen-Nationalteam euch da als Ziel oder sozusagen als Markenzeichen zugelegt? Ich glaube, bei uns kann man fast sagen, die Ausgeglichenheit. Also wir haben viele große Spielerinnen, die aber sowohl von außen als auch von innen gut attackieren können und gut Punkte machen können. Und ich glaube, das ist einfach sehr schwer gegen uns zu spielen, weil wir auf sehr viele verschiedene Arten scoren können. Und ja, also definitiv die Ausgeglichenheit im Team. Jetzt, wie schwer es gegen euch zu spielen ist, haben wir jetzt auch Spitzenationen wie China am eigenen Leib verspürt. Ihr habt es vor kurzem in Aserbaidschan auf der World Tour das Semifinale erreicht. Wie wichtig war dieser große Erfolg jetzt auch für euch einmal so kurz vor der WM? Ja, das war auf jeden Fall mal die perfekte Vorbereitung, weil das war eigentlich das erste Turnier, was wir in dieser Formation zusammen gespielt haben. Da muss man eben wissen, bei den Damen ist das jetzt nicht wirklich ein Profi-Bewerb, das 3 gegen 3. Das heißt, wir spielen unter dem Jahr 5 gegen 5, kommen dann im Sommer zusammen und dann haben wir nicht so lange Zeit, uns jetzt auf Turniere vorzubereiten. Deshalb war das auf jeden Fall ein sehr großer Erfolg und wir können sehr viel aus den Spielen lernen und mitnehmen für die WM. Jetzt bei dir, Nico Siebmann, das Bundesheer-Logo. Also ihr seid Vollprofis mittlerweile als Nationalteam, spielt schon länger gemeinsam auf der World Tour. Vorher hat es die EM in Graz gegeben, wo Österreich ins Viertelfinale gekommen ist. Was macht euch da auch wirklich so stark? Auf jeden Fall der Zusammenhalt. Schon wie die Anja gesagt hat, einfach die Team-Chemistry. Man muss als Team funktionieren von der ersten Sekunde an. Man kann nicht sagen, okay, gestern warst du gemein zu mir, jetzt bin ich angefressen, jetzt will ich mit dir nicht spielen. Das funktioniert nicht. Im 5 gegen 5 kann man vielleicht einem Spieler aus dem Weg gehen. Das funktioniert im 3x3 einfach nicht. Du hast vier Spieler, die am Feld funktionieren müssen, gemeinsam funktionieren müssen, Vollgas geben müssen und nicht nur für sich selbst kämpfen, sondern für das ganze Team. Das macht uns auch aus. Also wir kämpfen füreinander von Turnier zu Turnier. Wir pushen uns und das macht uns aus als Mannschaft. Nicht nur als Team Vienna, sondern auch als Team Nationalteam. Jetzt denkt man beim Basketball bei Großereignissen wie Weltmeisterschaften Olympia automatisch an die USA mit dem Dreamteam, voll mit NBA-Stars. Jetzt habt ihr in der Vorrunde die Amerikaner als Gegner. Inwieweit sind da auch aktuelle oder ehemalige NBA-Spieler eure Gegner? Jetzt bei den USA. Ich glaube, sie haben einen Spieler, von dem ich ganz genau weiß, von Jim Alfredet, der war in der NBA bei diversen Teams. Und dann Kenny & Barry war auch, glaube ich, in der G-League oder NBA, ich weiß nicht genau. Aber ja, wir sind ready. Wir freuen uns. Also das gibt uns einfach nur nochmal extra Motivation. Jeder redet über, USA hat die Team, die Spieler, der war in der NBA. Okay. Namentlich sind wir sicher Underdog, aber auch sicher nicht im Herzen. Also das, was wir geben werden und mit wie viel Intensität wir spielen werden, sind wir sicher nicht Underdog. Jetzt fragen Sie aber trotzdem viele, wie ist das möglich, dass das kleine Österreich mit großen Ländern wie den USA oder wie es bei den Damen ist China mithalten kann? Ein großer Teil ist halt das professionelle Umfeld, das wir genießen dürfen. Nicht nur mit dem Bundesheer als unseren Arbeitgeber, sondern auch als der Verband, der uns sehr unterstützt seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren jetzt fast schon. Wir haben einfach das Glück, dass wir uns komplett auf Basketball konzentrieren können. Wir können leben als Vollprofi, wir trainieren als Vollprofis und 3x3 uns zu erleben. Also wir geben alles für den Sport und deswegen, glaube ich, kommt auch der Erfolg immer mehr und mehr. Es braucht sicher noch Zeit, dass das alles konstant wird. Aber ja, wir hoffen, dass wir dieses Jahr die ersten großen Erfolge, die größeren Erfolge feiern können. Anja, jetzt ist das Turnier in Wien auch gleichzeitig Teil der Olympia-Vorbereitung oder zählt schon zur Quali. Wie realistisch ist es da auch für euch jetzt nach den letzten Erfolgen, dass ihr es in Wien schon schafft, auf diesen Olympia-Zug sozusagen aufzuspringen? Ja, schwere Frage. Also im letzten Sommer waren wir weniger erfolgreich. Jetzt haben wir wieder geschafft, das Team von vor zwei Jahren so ein bisschen wiederzubeleben. Und ich glaube, wir sind auch absolute Außenseiter mal, aber genauso können wir überraschen. Und mit dem Heimpublikum im Hintergrund vor allem, glaube ich, ist da ganz viel möglich. Und es haben uns sicher wenige Teams da mit auf der Rechnung und das macht es dann nochmal leichter, wenn man ohne Druck einfach frei von der Leber spielen kann. Und ich glaube, wir können dafür die ein oder andere Überraschung sorgen. Jetzt wissen wir gerade im Damen-Basketball passieren die Meisterschaftsspiele oft vor sehr geringem Publikumsinteresse. Jetzt wartet auf euch der volle Rathausplatz in Wien. Wie sehr ist das auch ein zusätzlicher Push, einmal das Können für so ein großes Publikum zu zeigen? Ja, also das ist absolut die Motivation. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder gern 3 gegen 3 spiele. Wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren schon zwei Großevents in Graz. Und die Fans im Hintergrund haben uns so geholfen. Und es war einfach richtig cool zu sehen, auch wie sehr Basketball in Österreich doch gefeiert werden kann. Und ich glaube, das sind auch die ein oder anderen Kinder, die da zugeschaut haben, denen das riesen Spaß gemacht haben und die wir hoffentlich für unseren Sport begeistern können. Und mit dem Publikum im Hintergrund, wie gesagt, ist viel möglich. Nico, für euch auch das zweite große Heimevent, auch Stichwort Olympia. Oder wie schaut es da bei euch aus Richtung Olympia-Quali jetzt schon vielleicht in Wien, da das fixieren? Ja, es wäre schön. Es wäre halt, wir haben das Privileg, dass wir von Olympia träumen können im 3x3. Im 5G5 ist es ja noch ein bisschen sehr unrealistisch. Aber im 3x3 ist es ja, man darf träumen und sich Ziele setzen, zu Olympia zu kommen. Und das ist auf jeden Fall das große Ziel für Österreich bis 2024. Ja, ich meine, wir sind ready, wir sind motiviert, wir sind fit, wir trainieren hart, wir werfen viel. Also ja, es kann viel rausschauen. Aber jetzt seid ihr Nummer zwei der Welt mit dem Team Vienna. Wie groß ist da auch der Druck, vielleicht, dass sich jetzt manche erwarten, es muss zur Medaille erreichen? Ich hoffe, es erwarten sich alle, dass es zur Medaille erreichen kann. Ich hoffe, sie vertrauen uns alle so sehr, dass wir es schaffen können. Und ich hoffe, sie kommen auch alle, die ganzen Fans zu Hause und vor Ort mit der Einstellung, ja, die Österreicher, wir kommen dorthin, dass wir sie zum Gewinnen pushen können und dass wir sehen, dass sie gewinnen können und sie glauben auch daran. Auf jeden Fall ist ein bisschen Druck dabei. Es ist ein kleiner Unterschied von den Spielern her, weil wir halt einen Quincy Dix zum Beispiel bei der Nationalmannschaft jetzt nicht zur Verfügung haben. Aber es ist auf jeden Fall, wenn sich das Ergebnis bei der WM so widerspiegeln lässt mit dem Standing in der World Tour, regt sich sicher keiner ab. Also große Ambitionen und große Pläne, dann sage ich euch beiden Danke fürs Kommen und an Sie, verehrte Zuseherinnen und Zuseher, danke fürs Dabeisein. Und wenn Sie 3x3-Basketball auf höchstem Niveau erleben wollen, die WM in Wien läuft noch bis 4. Juni. Vielleicht schauen Sie am Rathausplatz in Wien vorbei. Bis dahin, auf Wiedersehen.